Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Final Podcast Episode 139. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Frohes neues Jahr erstmal. Ich hoffe ihr seid gut in 2017 angekommen. Ich bin es auf jeden Fall. Wir hatten ein planmäßig ruhiges Silvesterfest. Wir sind ja am Silvesterabend um acht ungefähr losgefahren, um den Hund sozusagen in Sicherheit zu bringen vor der Silvesterknallerei. Dieses Vieh ist wahnsinnig knallpanisch und ist immer ganz furchtbar ängstlich, wenn Silvesterknaller in ihrer Umgebung losgehen und ihre Umgebung ist halt Hundeohren und so ziemlich groß. Das heißt, wenn man ebenso wie wir einigermaßen zentral in einer Kleinstadt wohnt, dann kriegt man da doch relativ früh relativ viel mit. Die Knallerei ging hier schon nachmittags irgendwann los und wir sind also abwechselnd immer ein bisschen mit ihr rumgefahren in der näheren Umgebung, dass sie so ein bisschen Ruhe hatte, sich beruhigen konnte. Denn das ist das Gute daran, der Hund verknüpft Autofahrten immer mit guten Sachen. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, passiert danach in den allerseltensten Fällen was Schlechtes. Tierarztbesuche sind zum Glück bei uns noch die Ausnahme. Das heißt, wir fahren irgendwo hin, dann ist sie entweder am Deich, bei Leuten oder es passiert irgendwas Cooles, wo sie Spaß hat, wo wir rumtoben, wo wir eine coole Zeit haben. Und deswegen ist Autofahren für sie toll. Und so war es auch diesmal. Trotz der ganzen Knallerei und trotz der ganzen Angst, die sie hatte, konnte sich Frau Hund also relativ schnell, relativ gut entspannen. Und das haben wir eben ausgenutzt und sind dann gegen 20 Uhr losgefahren, haben wirklich den Hund vom Haus ins Auto transportiert und mehr nicht und sind dann Richtung Hessen gefahren zu meinen Eltern. Haben uns also auch ganz viel Zeit gelassen, haben gar nicht so sehr auf die Tube gedrückt, wie wir gekonnt hätten, denn die Straßen waren erwartungsgemäß ziemlich frei. Und wir wollten ja aber nicht so schnell ankommen, weil es hätte uns ja überhaupt nichts genutzt, wenn wir irgendwie um zwei oder um eins oder sowas da gewesen wären, wenn dann dort vor Ort noch die Knallerei am Laufen war. Also ich wollte auch nicht vor drei dort ankommen. Der Plan ist aufgegangen, es hat funktioniert. Wir haben zwei Pausen gemacht auf der Strecke, um einfach auch, auch ein Hund muss ja mal auf Toilette und auch ein Mensch muss mal auf Toilette. Und das haben wir also planmäßig alles hinbekommen. Bei der einen Raststätte, das war ein bisschen doof, die war nicht annähernd so weit von der nächsten Ortschaft weg, wie wir gehofft hatten. Und da war es dann nicht richtig laut, aber ja, es hat schon wieder gereicht, dass Frau Hund also wehner Leckerli noch Getränke annehmen wollte, geschweige denn sich irgendwie lösen konnte vor lauter Stress. Ja, und dann sind wir halt schnell wieder weitergefahren. Dann war es auch wirklich schon kurz vor zwölf und wir haben also während der Fahrt ins neue Jahr gefeiert mit einem kleinen Hubkonzert. Das muss ja auch mal reichen. Und dann waren wir so gegen, ja, kurz nach drei bei meinen Eltern. Die waren selber gerade im Aufbruch bei einer kleinen Silvesterfeierstunde bei meinem Bruder. Da haben wir die beiden noch abgeholt. Dann, das ist zwar nur ein paar hundert Meter Fußmarsch, aber wenn ich schon mal im Auto sitze, dann kann ich ja auch nochmal schnell rumfahren und die einsammeln. Das ist ja kein Problem. Und dann haben wir die Woche eigentlich da verbracht. Das war geprägt von Shopping, von Besuchen und Treffen bei Freunden und ganz viel. Einfach auch rumhängen und Zeit mit der Familie verbringen. Also das war sehr, sehr entspannt und entspannend. Und das war im Wesentlichen schon das, was ich von der neuen Woche zu berichten weiß. Die kommende Woche wird allerdings dann wieder aufregend. Ich bin mal wieder mit dem Ü-Wagen unterwegs für meinen Hauptarbeitgeber in der 1-Welle Nord. Und von den fünf Terminen, die ich machen muss in dieser Woche, sind jetzt zwei vereinbart. Und für zwei weitere gibt es zumindest schon mal eine Idee. Bei dem einen fehlt mir nur noch das Feedback des Ansprechpartners, ob es denn auch klappt. Also sprich, ob die einen Interviewpartner oder einen Ort zur Verfügung stellen können, wo wir das machen können. Und bei dem anderen, was am Freitag stattfinden soll, da weiß ich zumindest ungefähr, was die Erwartung an mich ist als Reporter, was die gerne hören wollen. Ja, und da muss ich dann jetzt eben sehen, dass ich dann auch jemanden finde, der da kompetent mit mir sprechen kann. Denn es geht da um das Thema Barrierefreiheit. Und da ist es natürlich cool, wenn wir jemanden haben, der mir das Thema Barrierefreiheit aus erster Hand erklären kann. Sprich, jemanden, der am besten im Rollstuhl sitzt. Und wir brauchen natürlich dann auch jemanden, der vor Ort, also wenn wir uns einen Bahnhof aussuchen, dann wäre es natürlich cool, wenn wir einen Bahnsprecher da hätten. Ich glaube aber nicht, dass das klappt. Mal gucken. Naja, es ist alles noch ein bisschen mit Recherche verbunden und ganz aufregend wird es am Montag, also morgen. Denn am Montag fahre ich zur Elbphilharmonie. Ich habe ein Ticket gewonnen in der NDR internen Auslosung, Verlosung für die Generalprobe. Die Eröffnung ist ja am 11., also am Mittwoch. Und zwei Tage vorher ist die Generalprobe mit dem Elbphilharmonieorchester. Und ich darf dabei sein. Und das ist natürlich, das ist ein echter Knaller. Also ich habe selber schon gedacht, also die Fotos vom Konzertsaal, vom großen Saal der Elbphilharmonie sind einfach wahnsinnig beeindruckend. Das sieht total irre aus. Es ist ja eine, die Baukosten sind ja auch deshalb explodiert, weil sie so eine gute Akustik schaffen wollten. Da bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf, wie sich der Saal anhört. Jetzt bin ich nur kein, kein, niemand, der in irgendwelche philharmonischen oder symphonischen Konzerte geht. Aber ich finde das grundsätzlich total geil, solche klassische Musik zu hören, Orchestermusik zu hören. Und ich habe mir das ja eigentlich vorgenommen, das häufiger zu machen. Das ist auch einer der Vorsätze für 2017, weil wieder mehr klassische Musik hören. Ich möchte auf jeden Fall ein paar Konzerte vom Schleswig-Holstein-Musikfestival hören. Schwerpunkt dieses Jahr übrigens Ravel, aber das nur am Rande. Und in der Elbphilharmonie soll es also, naja, darum gehen, dass da eben bei der Generalprobe auch ein Publikum dabei sein darf, was ich total geil finde, dass ich eben auch Teil dieses Publikums bin. Ich weiß noch nicht genau, wann ich darüber sprechen darf. Wir dürfen Fotos und allerlei Aufnahmen machen. Das steht da schon drin. Es darf nur nicht bis zu einem, vor einem bestimmten Datum veröffentlicht werden. Das werde ich nochmal rausfinden, was ich da tun kann, um euch da so einen Einblick nachher zu geben. Das weiß ich noch gar nicht, was da geht. Aber da freue ich mich tierisch drauf, denn ich weiß nicht, ob ihr mal geguckt habt, Elbphilharmonie, die Konzerte für dieses Jahr sind komplett ausverkauft. So, basta. Da passiert überhaupt nichts mehr. Bis August jedenfalls. Dann startet der Vorverkauf für 2018. Und ja, mal gucken, ob da dann irgendwas geht. Ob ich nochmal in den Genuss kommen werde, regulärer Gast in der Elbphilharmonie zu werden. Dann habe ich mir hier noch notiert, die Jubiläumsfolge Nummer 150 taucht ganz allmählich am Horizont auf. Das wird keine ganz alltägliche Jubiläumsfolge werden, wo ich einfach irgendwie zurückblicke auf 150 Folgen und mit Audiokommentaren und so. Sondern es wird ein bisschen was anderes, ein bisschen ein Stammhörer-Schmankerl werden, wenn ihr euch beruft fühlt, mir zu 150. in Form von Audiokommentaren zu gratulieren. Dann möchte ich euch bitten, dass ihr damit vielleicht wartet bis zu 152, um dann darauf vielleicht auch Bezug nehmen zu können. Denn da interessiert mich natürlich auch ein bisschen, wie das Feedback wird. Weil in meinem Kopf ist das unfassbar lustig, was ich da vorhabe. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie ihr das findet. Das ist noch, es ist noch eine Menge Arbeit bis dahin. Ich habe das Konzept, wie gesagt, fertig. Die Idee steht, produzieren wird dann relativ schnell gehen. Das ist weniger das Problem. Aber ich muss dazu auch noch ein paar andere Sachen vorbereiten. Und da hakt es gerade noch dran. Obwohl eigentlich ist es gar nicht so wahnsinnig schwer. Ich muss es nur machen. Das heißt, ich werde mir jetzt irgendwann übernächste Woche mal Nachmittag Zeit nehmen und ein paar Sachen anleiern und vorbereiten. Und dann gehe ich wahrscheinlich Mitte Februar, Anfang März in die Produktion. Und das Ganze erscheint dann planmäßig Ende März, Anfang April. Ja, das ist eigentlich im Wesentlichen das. 150 Folgen. Ich hatte gehofft, dass ich es bis zum Podcast-Geburtstag Ende Januar hinbekomme. Aber das wird nichts. Und deswegen ist es halt so, dann wird das eben die Jubiläumsfolge 150. Das ist sowieso, glaube ich, das spannendere Datum. Also irgendwie, ich weiß nicht, ein Podcast lebt ja von seinen Episoden und nicht von der Zeit, die er existiert. Das beste Beispiel sind da verschiedene Produktionen, wo schon seit Monaten nichts mehr kam. Ist ja super, dass es, ich sage jetzt einfach mal, Podcast XY seit sieben Jahren gibt, aber der hat seit fünfeinhalb Jahren nichts mehr veröffentlicht. Und dementsprechend finde ich also, dass die Podcast-Geburtstage nicht mehr so wahnsinnig wichtig, aber die Zahl der Folgen, die ist halt die entscheidende. Lassen wir es an der Stelle mal gut sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch eine tolle Woche und bis bald. Vielen Dank.